hallo leute da bin ich wieder ich muss euch da was erzählen vor einer woche saß ich mit meiner madame auf der couch und ich will nicht angeben wir haben bestimmt zwei minuten vorspiel gehabt danach ging es dann richtig zur sache auf einmal fing sie an und meinte immer tiefer 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 dann habe ich halt gesagt ich liebe dich